Musik Leg dich oder setz dich an einem ruhigen Ort, an dem du dich zurückziehen kannst, zur Ruhe kommen kannst, wo du dich wirklich entspannen kannst. Lass die Gedanken einfach freiziehen. Und komm mit jedem Atemzug in tiefere Entspannung. Atme ein. Ganz langsam wieder aus. Lass alles los beim Ausatmen. Und lass die Gedanken einfach über deinem Kopf erscheinen, in der Sprechblasen. Und schau sie einfach an. Bleib bei dir. Beobachte deinen Körper. Wie fühlen sich deine Beine an? Wie spürst du den Kontakt zum Boden? Wie riecht die Luft? Atme tief ein. Und lass alles los beim Ausatmen. Entspann deine Füße. Dein Becken. Entspann deinen Oberkörper. Deine Schulter. Und dein Hals. Dein Gesicht. Deine Finger und Zehen. Atme einfach ganz tief in den Bauch ein. Und entspann dich beim Ausatmen. Atme ein. Und spür die Luft. Und sag dir beim Ausatmen, dass du angekommen bist. Auf die Luft auf den wunderbaren Hals. Jetzt schau für dich dasare K 또. Undましょう auf auch auf die Handluierab ins Tag zuìgen. Ja! Süß. 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 Und in dem Zustand der Entspannung und der Ruhe kannst du dir offen und ehrlich ein paar Fragen beantworten. Lass die Fragen einfach auf dich wirken. Achte auf die ersten Gedanken, die dir dazu kommen. Schau sie einfach an. Frag dich, was wäre das Schlimmste, was deine Eltern zu dir sagen können. Schlimmste Was wäre das Schlimmste, was über dich in der Zeitung stehen könnte? Was ist deine tiefste Angst? Was wäre das Schönste, was würdest du dir wünschen, dass deine Eltern über dich sagen würden? Was hat dich wirklich erfüllt als Kind? Was hat dir Spaß gemacht, unabhängig davon, ob du gelobt wurdest dafür oder nicht? Lass die Fragen einfach noch ein bisschen auf dich wirken. Nimm dir so viel Zeit, wie du magst, dich selber kennenzulernen. Ich tu nicht. Du bist ja nie. Diese Hitze dir wieder auf dich. IchD Jubel an! Barbrauch Tschüss Ton Kok WDR mediagroup GmbH 2020 WDR mediagroup GmbH 2020 WDR mediagroup GmbH 2020